Hallihallo! Ich bin's, Sao! Ich hab spannende Neuigkeiten für euch. Also erst wurde Marco gekidnappt. Dann hab ich ein paar Sachen in die Luft gejagt, inklusive meinem Zauberstab. Ich war sowas von unglücklich, weil ich gedacht hab, ich kann nie wieder zaubern. Aber jetzt ist alles gut. Hier mein neuer... Mein neuer Zauberstab! Übrigens, Marco geht's gut. Sag hallo, Marco! Hey! Ich will nicht, dass der Computer mir beim Duschen zuguckt. Was ist mit deinem Stab los? Oh nein, jetzt verschwindet er nach unten. Er hat mich fast erwischt. Mein Hatschuh! Ich hol dich da raus. Warte, warte. Ich zieh mir schnell was an. Oh, okay. Nicht aufmachen, klar? Hat euch nicht vor. Äh, die geht nicht auf. Was? Du musst einfach nur den Knauf und... Was glaubst du, was ich gerade mache? Nein, 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 nein. Nicht jetzt, mein Süßer. Ich hab dazu immer den Zauberstab benutzt. Tja, den hat dein Buch verschlungen. Komm, nicht auf die Idee, da drin rumzustöbern. Das ist mein Geheimnisschrank. Der ist privat. Dann hol mich gefälligst hier raus. Was machst du da? Ah! Oh, hey, Glossarick. Mein Zauberstab ist in dem Schrank da drin. Hey! Und was ist mit mir? Oh ja, Marco ist auch da drin. Und mein Zauberbuch. Mein ganzes Zeug eigentlich. Ich will mein Zeug haben. Hast du's mit dem Knauf versucht? Klar hab ich das. Tut sich was? Nein, immer noch verriegelt. Aha! Was ist hier los? Ist das vielleicht irgend so ein Trainingsding oder was? Bist du vielleicht so ein Trainingsding? Hast du einen Vollschuss? Ist das ein Wuffkapuf-Kadabang? Stopp, stopp! Aufer, sagen Sie mir einfach, wie ich hier rauskomme. Okay, ich sag dir, was du tun musst. Hörst du mir zu? Klar, ich bin ganz Ohr. Willst du vom Fleischtopf, die größten Brocken, Dann musst du der Kammer ihr Geheimnis entlocken. Also, wenn ich ihr Geheimnis finde, öffnet sich die Tür wie durch Zauberei? Toi, toi, toi! Ihr Geheimnis? Welches meint er? Dann mal los!